Der Schwenkrichtung E-Mobilität kostet beim Autozulieferer Continental tausende Jobs. In den kommenden zehn Jahren sollen in Deutschland rund 7.000 von derzeit mehr als 62.000 Stellen gestrichen werden. Bis 2023 sollen bereits 5.000 Jobs wegfallen. Das teilte Continental nach einer zweitägigen Aufsichtsratssitzung mit. Weltweit hat der Konzern mehr als 244.000 Arbeitsplätze. Insgesamt sollen bis 2029 voraussichtlich bis zu 20.000 Jobs gestrichen werden. Continental ist nach Bosch und Denso im Autogeschäft der weltweit drittgrößte Zulieferer.